Was mich ein bisschen nervt ist, dass es immer einer schafft zu mir zu kommen. Ich will den Feuerzauber. Gönn dir. Oh ja. Ich schicke dich zu B, der ist auf der... Oh nein, Anger ist tot? Nein! Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe noch Anctos angegriffen. Das war nicht meine Idee. Ja, dann lass uns doch mit Anger kämpfen. Anger kann die Leute ranziehen und ich kann halt die ganze Zeit magen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ich kann hier den Hardcore Magier machen. Könnte man... Gibt das eigentlich eine Fähigkeit gegen vergiften? War so ganz doof. Gut, Giftresistenz. Okay. 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 Anger. Komm mit, dann mal los. Vielleicht nehmen wir ihn einfach mit. Wie wäre es damit? Das könnte eigentlich ganz sexy werden, wenn er mit uns kämpft. Weil dann... Zauern wir den halt die ganze Zeit irgendwas auf den Kopf. Dann kommen sie alle zu Anger. Was haltet ihr von der Idee? Okay. Okay. Hier ist Ul. Sorry. Das könnte lustig werden. Moment. Das könnte lustig werden. Ja, das könnte lustig werden. Ich komme. Ich denke. Ich komme. Ich komme. Warum? Warum stirbt er denn jetzt? Das wollte ich doch gar nicht. Der hat doch die ganze Zeit keinen Schaden bekommen, weil er mit uns gekämpft hat. Wobei, wir könnten es auch mal anders probieren. Das wäre jetzt natürlich sehr vage und sehr gefährlich, aber ich probiere das mal. Ich gehe in den Tempel, oder ich gehe vor den Tempel. Oder im Tempel? Ich mache was im Tempel. Und ich zauber den erstmal zweimal richtig fett was auf den Kopf. Wir können das echt mal probieren, ne? Also gerade der Magier. Und dann sind die richtigen Ecke stellen. Könnte es ganz gut werden. Kommt der mit rein? Ja. Klingend geil. Den erwischt es doppelt halt. Das Dumme ist, die kommen nämlich direkt zu uns. Und das will ich eigentlich gar nicht. Also der kommt direkt zu uns. Okay, jetzt. Sehr sauber. Möchte eigentlich, dass ihr euch das einfängt. Okay. Da haben wir einen weggehauen. Den Rest berauben wir danach. Aber wir haben Dön und nicht viel getan. Ab. 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 Absi. Oh nein. Ich brauche das da. Und es kommt? Es kommt nicht. Hallo. Da. Nein. Nein. Okay. Mist. Schade. Aber das war gar nicht mal so schlecht. Weil wenn die hier reingerannt kommen, kann man den ordentlich einen wegzaubern. Ich will halt, dass ich das angestimmt habe. Das ist mein, das ist meine Challenge gerade, sag ich mal. Ich möchte mir diese Challenge geben. Ich überlege, ob ich das nicht doppelt mache. Einmal vollkommen auf Ningal zauber. Und dann direkt die Wache hier bei uns. Oh, was so. Okay. Nein. Oh, Mann. Warum greifen die mich immer an? Das verstehe ich halt nur nicht. Weil im Grunde genommen, alter. Ich bin so weit weg eigentlich davon gerade. Ich lasse gerade alles auf die Leute runterprasseln. Langer lebt noch, sehr schön. Das machen wir gemeinsam hier. Da hinten kommen noch ein paar. Ich gebe uns Rückendeckung so lange. Was? Ich bin so weit. Ach. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Du hättest dich besser, wenn ich mit mir anlegen sollen. Du hättest dich besser, wenn ich mit mir anlegen soll. Was ist denn jetzt los? Nein! Er wurde nicht ausgeführt. Oh, pack dieses scheiße Ding weg, ey. So, jetzt will ich alles aussammeln. Wenn du auszusehen falschen Zauber aus willst, dann ja. Dann zauberst du natürlich ganz andere Sachen plötzlich. Beziehungsweise du sollst eigentlich gar nicht auszaubern, sondern man will es vielleicht sogar wegstecken. Ja, das hat gesessen. Das war aber auch gar nicht einfach, ehrlich gesagt, ne. Wahrscheinlich mitunter einer der schwersten Kämpfe. Wobei, eigentlich waren die Orks die schwersten. Das ist hier eigentlich noch Geplänkel. So, da haben wir ein Erz-Zweihänder sogar bekommen. Ein Amulett mit maximaler Lebensenergie und ein Erz-Rolling. Die Sachen werden eigentlich ganz schön gut. Ah, da habe ich noch was bekommen. Nicht so viel. Unmöglich. Ah ja, natürlich. Die große Truhe nicht. Ja, natürlich. Warum denn auch? Den großen Truhen könnte natürlich was richtig Geiles sein. Hm. Na, egal. Hier ist noch ein Schwert. Na gut. Wir haben den Leuten so viele Augenringe schon reingezaubert. Ich frage mal Anga, was er dazu sagt, dass wir jetzt hier Pabularasa haben. Nö, nö. Ist nix. Die Assassinen sind geschlagen. Ich danke dir, Vater der Freiheit. Eines Tages wird die Wüste uns gehören. Wir nehmen dies, Befreier. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Sehr schön. Jetzt kommt die schwerste Stadt. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil es viel zu viele Wege gibt. Nix. Entschuldigung. So. Ich suche mir einen geeigneten Ort zum Wegzaubern aus. Hm. Ich könnte mir die Brücke oben vorstellen, aber dann wird das ewig dauern, weil die Leute nach und nach rein können. Ähm. Hier. Das würde ich hier von hier aus probieren. Wir können direkt Amul töten. Oh, Mist. Ich wollte das hier machen. Aber die kennen den Weg. Boah. Schade. Okay. Hä? Ich würde gerne wollen, dass hier einfach alle wegstirbt. Aber das klappt so nicht. Ah ja. Natürlich. Oh. Moment. Moment. Vielleicht doch. Befreiungsschlag. Befreiung. 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 Neun. Heilen. Das hier. Und zauber. Jo. Viel Spaß. Komm mal in meine Richtung, Kumpel. Ist nicht so einfach. Ja, da ist noch einer. Oh, das Gift hat aufgehört. Oh, da will jemand auf mich schießen. Nicht so gut. Wollen wir es wieder von oben probieren? Ich glaube, das war eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich lasse erst mal hier regnen. In der Hoffnung, dass sie jetzt am hochgehen verzweifeln. Okay. Da. Gott. Das hat gesessen. Und wir machen den Weg wieder frei. Und den machen wir auch wieder frei. Okay. und du kriegst Gott, wenn du es nicht anders willst. So. Wir dürfen nicht vergessen, oben im Tempel sind noch einige. Wir nehmen ja jetzt gerade euch hier mal ein bisschen aus. Ich schicke dich zu Melian. Oh ja. Oha. Das wollte ich gerade sagen. Hätte er bloß mal aufgehört. Oh. Und er zaubert halt alles weiter. Das kotzt mich manchmal an. Ich will aufhören, dass du zauberst. Ich will einfach nur wegrennen. Und danach einen Feuerzauber hinterher feuern. Aber nein, das geht natürlich nicht. Okay. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Okay, pass auf. Amul kriegt erstmal den da drauf. Und dann erstmal den da. So. Des Weiteren wird jetzt hier erstmal ordentlich heiß gezaubert. Und jetzt kann das beginnen, was ich wollte. hoffentlich. Oh Mann. Alter. Hörst du mal auf, mich von unten anzugreifen? Alter. Fakt des Todes hier wieder. Okay, also Amul muss als erstes sterben. Wir haben keinen Magieschutz. Und das merkt man halt einfach auch. Dementsprechend zweimal Feuer. Oder einmal Meteor auf ihn. Und dann Feuer, 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 Feuer. Das könnte auch sein. Bist du... Ja, natürlich. Okay. Jetzt warte ich. Bis die Leute näher kommen. Da sind sie. Da kommt Aschmu schon. Ja, kommt noch ein. Ja, kommt noch ein. einer wird doch da freue ich mich drauf kriegst ein doppelten volle gönnung kommt noch was das sind bestimmt noch welche ich warte gerade weil die kommen jetzt gleich hier an ja 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 mach das mal ich freue mich oh ja da kommen wieder Elite Krieger da ist ja noch einer Silvio hi na oh Silvio verträgt aber mehr okay ich fühle ganz wackerisch einfach in inno's Feuer das wird schon na hat noch jemand Bock ich höre Schwerte naja nennen wir es letzte Stunde welche ist wirklich unsere letzte Stunde wer weiß ich nehme so viel Mana Tränke so gönn dir mal kommt ja keiner mehr haben wir es durchgespielt ja im Grunde genommen sind die jetzt alle auf mich gerichtet müssten eigentlich zu mir kommen oder so verstehe ich das Spiel ja ich höre Schwerte ach Junge das Untertitelung des ZDF, 2020